Herr Meier ist begeistert. Er hat endlich eine Zusage für seinen Traumjob bekommen. Allerdings steht nun für die Familie ein Umzug an. Das Haus muss verkauft werden. Das können wir doch selbst, denkt er sich. Recherchiert ein wenig im Internet und wird auch schnell fündig. Immobilienportale gibt es schließlich genug. Also wird die Immobilie in ein Portal eingestellt. Und weil es mit dem Verkauf möglichst schnell gehen soll, noch in ein zweites und drittes. Die ersten Anrufer lassen nicht lange auf sich warten. Permanent klingelt das Telefon. E-Mails stapeln sich in Meiers Posteingang. Trotz fester Terminabsprachen braut sich vor der Haustür der Meiers etwas zusammen. Eine wilde Besuchermeute hetzt durch das Haus. Immobilientouristen? Und das Schlimmste? Kein einziger will den Preis zahlen, den die Meiers sich vorgestellt haben. Und der Zeitpunkt des Umzugs rückt immer näher. Auf Empfehlung eines Nachbarn nehmen die Meiers Kontakt zu Hausmann Immobilien auf. Dieser Makler kennt den lokalen Markt. Zusammen mit den Meiers begutachtet der Marktprofi die Immobilie, ermittelt den besten Preis und kümmert sich um passende Anfragen. Familie Meier ist überrascht, wie viel Arbeit der Verkauf einer Immobilie machen kann. Für Hausmann Immobilien ist es das tägliche Geschäft. Das Filtern der Interessenten und die Verhandlungen mit ihnen, die Finanzierungsberatung, der rechtliche Rahmen und die gesetzlichen Pflichten, das Marketing und schließlich der erfolgreiche Verkauf des Hauses. Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich ausführlich von Hausmann Immobilien beraten. Eine Sache? Lassen Sie sich ausführlich von Hausmann Immobilien beraten.